so wir sind wieder neutral sehr gut das ist aber auch ich war mal kurz ein paar meter weg wieder neutral jetzt könnte ich wieder hingehen mit den leuten im endeffekt handeln wo ich den gerade weiß ich nicht wieviel schiffe versenkt hat egal so warte mal ich habe jetzt tagebuch wir brauchen guter leinenstoff das ist eher hier unten okay dann war das die ja für die nickelbarren und so ne ja die versorgungsroute die wollen wir uns holen aber am besten wären noch munition für die bombarde denn Ach ja. Chat, wie geht's euch da allen denn so? Ist bei euch alles supi, alles tippitoppi? Dann bist du auf dem falschen Schiff. Ah, Brechstange 3. Ja, das stimmt, Fox. Spellward macht süchtig. Da haben wir ja Freitag auch wieder im Stream. Na, Brechstange 3. Ah, okay. Ich muss jetzt Steuerbord. Und dann bin ich gleich auf der richtigen Rüte. Wenn wir hier, sag ich jetzt mal, links reinfahren. Und dann müssen wir uns mal die Schiffe abfangen. So weit alles schick. Ich kann seit heute Nachmittag endlich wieder richtig arbeiten. Wie? Hat sich deine Krankheit so lange hingezogen? Komm, das Wrack können wir aber... Nein, ein Hackerangriff in der... Aber gut, lieber das, als hättest du, wärst du so lange noch krank gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also aus meiner Sicht. Scheiß mal auf die Firma, weißt du? Zwei Wochen keiner gearbeitet. Ist natürlich auch scheiße für dich, ne? Weiß ich nicht. Gab's Zwangsurlaub oder... Da. Silber, guter Hanfstoff, ungeschliffener Diamant, Kalk. Tatsächliche Gebäude. Was suchen wir? Nickelbarren, ne? Die haben keinen. Also wir können sich trotzdem mal platt machen. Oh, ne. Boah, die sind schon Stufe 5. Die sind schon. Oh, hier ist es. Die sind schon, nicht? Die sind schon cool. Die sind schon mal. Die ist schon mal. Die sind schon gut. Die sind schon mal. Gucken wir mal, kriegen wir noch woanders Nickel-Barren? Oder nur hier? Ah, hier ist noch so eine Route. Nickel-Barren. Ja, Fatali, bitte helft uns! Kämpfer! Feuer! Wir wollen jetzt los, Kapitän! Wow! Wir kämpfen für unsere Heizung! Los, testen wir die Säbe! Wir fahren uns nicht davon! Ja, wissen wir noch nicht. Feuer frei! Eine Bemerkung, wir haben die Leistung für unsere Sorge spüren! Lass sie nicht entkommen! Zack! Bonus-Beute gefunden? Das ist ein Best. Egal. Alles nehmen! Schreibst Geschichte, Kämpfer! Ah, das weiß ich noch nicht. Also haben wir jetzt Nickel-Barren. Jetzt brauchen wir noch Teak-Planke. Nickel-Bahn hätten wir erstmal genug wahrscheinlich. Um eiserne Hülle brauchen wir eigentlich nur einen. Entschuldigung. Entschuldigung. So, warte mal. Teak-Planke. Das ist entweder diese Route oder diese. Wir probieren mal diese Route. Drehen wir einmal wieder um. Diese Werkzeuge sind unseren Schweiß nicht wert! Das ist es nah! Bitte! Hälst uns! Segel hoch! Hälst die Segel! Volle Segel! Volle Segel! Volle Segel! Aber gib Kitt, Alter! Für Fatalis! Bitte helft uns! Ach guck mal, denen müssen wir helfen. Nö, hab ich jetzt keinen Bock drauf. Das... Ich muss jetzt plündern, Leute. Es tut mir leid. Das ist es nah! Bitte! Hälst uns! Hallo, Pirat! Ich helfe nicht. Wir setzen uns der Fortschritt. Auf, helfen! Vielleicht hättest du mehr Besatzung dadurch bekommen. Ich glaube, das spielt da keine Rolle, glaube ich. Wir haben in der Beta doch schon mal Leuten geholfen. Ich wüsste jetzt nicht... Ich kann mich auch irren, Marie, ne? Das ist, ähm... Ich weiß ja, irren... Ist männlich und so. Ich wödel mal eben hier durch. Ey, ich weiß es auch nicht mehr. Aber ich... Ich sag mal so, ich kann mich nicht dran erinnern. Oh, zu spät. Hier können wir Teak sammeln. Oh, ja. Ab in den Trachtraum damit! Gute Arbeit! Regeln! Wir haben Gesellschaft! Frankfurt! Gesellschaft wo? Alter, da hinten! Wir sind doch weg, Mann! Wir sind doch weg, Mann! Hehe! Hä? Was soll ich denn sagen? Meinst du, ich vergesse nicht alles in meinem Alter? Wenn ihr hier! Was soll ich denn hier? Wir sind doch weg, Mann! Wir sind das weg! Wir sind da weg. Wir sind da weg! Kaufen und verkaufen. Aber die wollen von mir im Endeffekt nichts haben. Aber Tiefplanke würden sie teuer verkaufen. Und ich bin fast voll. Das heißt, ich müsste gleich mal irgendwo hin. Und müsste was loswerden. Wir sind auf jeden Fall auf der Route. Aber hier ist keiner unterwegs. Schippen wir ganz langsam hier lang. Oh, vielleicht haben wir Glück. Ne. Wir nehmen ihn trotzdem mit. Er ist ja auf der richtigen Route, ne? Na scheiße. Oh, der Turm greift mit an. Aber wir haben leider nicht das, was wir brauchen. Also schnell weg hier. Oh, der Turm ersch swabiert. Aber wir werden plötzlich ganz langsam auf der Route Segel runter, ja. Die hat leider nix für uns. Das ist jetzt dumm. Die Route ist aber auch nicht groß. Das heißt... Chat, sollen wir denen helfen, oder was? Wir setzen an der Pusche. Wir brauchen Hilfe. Helfen im Sinne vom Ausbeuten. Hups. Ach, Begleitschutz. Oh, nein. Was sind die schlimmsten Missionen in Games? Begleitmission. Oh, nein. Und warum? Weil ich auf den Chat gehört hab. Oh, Mann. Die zeugen sich hoffentlich erkenntlich. Ich hab's gesagt. Lieber ausbeuten, ja. Frage ist, wo wollen die hin? Und wie weit müssen wir den, ne? Und pass mal auf. Das große Schiff da, das kommt gleich zurück und denkt sich, ja, ich mach dich weg. Und die sind Level 10 oder so. Ja. Ja. Ich mein... Ja, toll. Level 5. Yay. 5. 在 9. 3. 4. 4. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 6. 11. 7. Untertitelung des ZDF, 2020